Blacklist 8 Jade Barrett, genannt Jewels, Wagen, Ford, Mustang, GT, stärker Black Rennen, genau, Lynchlauf, das süße Ding hier heißt Jewels, sie steht auf Big Blocks und Muscle Cars und hat schon jede Menge Meilen runter gespult. Mach also bloß keine Dummheiten, die hat echt Power unter der Haube. ... Das war's für heute. Du bist jetzt Nummer 9 auf der Blacklist. Sieh dich gut um, das ist Rockport City. Ich hab noch einen Unterschlupf in der Nähe für dich klar gemacht. Und zieh dir die Gegend genau rein, vielleicht hast du's ja mal eilig. Bis später. Okay, Mia Maus, bis später. So, dann geht's jetzt wie immer. Aua, angucken, was passt in Auto. So, der war ganz intelligent, da wollte ich nicht hin, sondern da rein. So, Hinterzimmer. Na dann lass mal schauen, was hast du mit dem? Kompressor? Wollte ich quasi Kompressor brauchen? Nee, den können wir nicht mal hier brauchen, den haben wir schon. Aber hier, andere Leistungsmerkmale, der Motor, nein der geht nicht. Das Getriebe, das geht. Ui, das kostet schon mal erstmal eine Menge Geld. Fahrwerk? Geht nicht. Nitro? Ja auch nicht. Reifen? Geht auch nicht. Bremse? Geht auch nicht. Kompressor? Der geht aber auch nicht. Damit müssten wir jetzt eigentlich alles drin haben, was wir brauchen für das Auto. Und was auch rein passt. Ähm, ja. Wir schauen mal hier, Teile. Was gibt's? Karosserie. Hm, was kostet die denn? 10.000? Und bringt gar nichts. Nö. Bringt nichts. Ähm, was haben wir noch? Spoiler! Jetzt könnte ich gleich der Joker gehen. Ja, der Joker geht. Okay, Joker. Ja, die ist in meiner Fällen, haben wir schon die guten Motorhaube. Die mag ich auch. Das Spoiler, doppelt der Hitwind haben wir auch. Okay, mehr geht ja nicht. Hä, wie, was? Natürlich will ich das haben. Hm, wir brauchen den anderen Lack zulegen. Na? Nein. Wir behalten den so. Er ist ja schick, oder nicht? Ja. Ja. Ähm, hm. Schauen wir mal. Was will sie denn alles haben? Meilensteine. 18 Polizeiwagen. Okay. Eine Verfolgung mehr als 6 Minuten. Okay. Zwei Nagelbandsperren. Au. Und fünf Verstöße. Und Hygienabahn. Da haben wir 238, 238 und 214. Machbar. Ich könnte eigentlich gleich mal mit anfangen. Mit einer Schwierigkeit. Zweilensteinen. Jo. Downtown von Rockport. Okay. Das war Nummer 1. Ah, 238 hätten gereicht. So schön. Dann kommt jetzt auch gleich Nummer 2 hinterher. Damit wir die schon mal erledigt haben. Ocean Hills. Hm. Ah, ja, okay. Lass uns mal gucken. Das ist hier mal ganz nett, weil... Kurz vor Schicht kommt noch immer einer. Okay, hier nicht. Wee. Die haben wir auch. Dann haben wir noch eine gehabt. Mit wie viel? 200. 410. Boah, lass mal schauen. Ah, das ist die ganze meine da unten. Oh ja, okay. So gemein war sie denn doch nicht. Hier ist Mia. Glaubst du das? Ich hätte nie gedacht, dass die in Rockport so gut sind. Die haben echt alles geplant. Ich kenne diese Straßen schon lange, aber davon hatte ich keine Ahnung. Fahr los und mach dir selbst ein Bild. Ich melde mich später bei dir. Okay, Mia Mars. Dann melde dich mal bei mir. So. Ei, da geht auch die neuen Bremsen. So. Jetzt geht, äh... Wo geht's eigentlich? Ach ja, richtig. Ich würde mal sagen, lieber da hin. Auto wechseln. Und, ähm... Wir müssen ja noch... Ach ja. Der ist sogar noch ein bisschen besser als meiner. Dann nehmen wir den mal. Meiner hat schon ein bisschen was auf dem Kerbholz. Der nicht. Den nehmen wir jetzt für... Ja. Für... Kopfickel... Da haben wir auch noch ein bisschen was zu machen. An Kopfgeld. Das machen wir dann gleich.